Ja, herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir in Assassin's Creed Chronicles Russia. Ja, ich bin ja immer noch mit Anastasia hier auf der Flucht und hier auf diesem netten Dach. Und das war natürlich das, was ich nicht machen wollte. Das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Also sprich, das mache ich schon ein paar Mal. Ei, 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 ei. Jetzt läuft die Route hier den ganzen Dach wieder entlang. Gehen wir erstmal wieder zurück. Was mache ich denn? Genau. Jetzt haut mal hier ab. Danke. So. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kriminell. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Kann ich jetzt eigentlich da unten hin? Kann echt hier runter. Bringt das was? Nicht wirklich, ne? Dann lasse ich das auch, würde ich sagen. So. Wir sollen jetzt hier hin. Gehe ich mal von aus. Komm, lauf, 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 lauf. Sehr schön. So. Da haben wir eine Truhe. Wieder eine Schriftrolle. Wir sollen Agenten eliminieren. Shit. So. So. Ja, 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 ja. So. 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 What red infs to the lot of them. I hear the tsar crying like a little boy. I knew he was all talking no balls. Did anyone pay the special attention to this arena? so den ersten mal gekillt wie viel muss ich jetzt eigentlich noch die beiden da unten noch denn wenn du jetzt an kommst kann man wie ein attentat waren ja ich freue mich jetzt so und die Deckel dir geht es wohl zu gut alter ja komm her, komm her, put 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 oh shit, 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 alter warum musste er sich auch in dem moment an mich umdrehen so, das zeichen wieder einsammeln so, dann da rüber so da komm ich, put 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 Alter wieso hat er sich auch mal oben gedreht, das hat er doch wohl nicht gemacht, ey scheiße so 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 da rüber da rüber ippi, ii, ii die new moms da rüber da rüber da rüber da rüber so bin ja mal gespannt, wenn der Typ gleich hier kommt aber ich schaffe zack zauber, endlich so so ach so okay so komm richtig, genau so den vierten einmal erwischt wir haben nur noch zwei vor uns und das wird wahrscheinlich schon knackig genug alles jetzt naja, probier mal, ob du mich findest schrägstrich ihr mich findet ich glaub's nämlich nicht hm gut so 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 nicht mit mir nicht mit mir okay dann machen wir es anders denn wir können das ja we will find you so jetzt man warum hat er es eben nicht gemacht ich hab doch alles richtig gemacht so so ach so na das ist natürlich auch nicht schlecht, ne nein, nein, nein hör doch mal auf, alter das ist doch ein schlechter Scherz jetzt muss ich alles nochmal machen hör doch mal auf, ey das ist doch ein echter Scherz gerade, alter scheiße, alter, ey so so zack man mann, 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 mann mann, mann, mann wie jetzt kann ich den gar nicht angreifen, oder was so so und weg geht doch eie echt 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 ne schwere kunst heute so darum hab ich wieder oh yeah so hallo Okay, da So Uno Und So, der hat's nicht mitbekommen Sehr gut Obwohl, ich mach das mal anders Diesmal bin ich mal ein bisschen schlauer Hoffe ich jedenfalls Denn Ich würde sagen, den hab ich mir geschnappt So Jetzt hab ich nur noch Einen einzigen Identifiziere dich Over there Where are you? Over there Genau Wenn er jetzt nämlich da langläuft, dann hab ich ihn und dann hab ich alle endlich geschafft Ich glaub's gar nicht, ey Echt ne schwere Kunst hier heute Ja, das glaubst auch nur du Nein Und was ist das? Das Problem in der ganzen Geschichte, ich muss schneller sein, als der weg ist Nothing So Geht doch, endlich Yes Ich hab's geschafft Ich hab's unglaublicherweise geschafft So Ja Durch die Tür müssen wir, ne? Auf geht's Duweg So So Slic So So. Okay, ich muss den als erstes killen. Ach du Scheiße. Jetzt geht's wieder rund hier. Los, komm. Von wo? So. Können sie flüchten? Shit. So. Geht. Wenn man jetzt mal so ein bisschen den Dreh raus hat. Yes, 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 yes. Wir konnten flüchten. Sauber. Sehr schön. Freut mich. Da ist jemand tot. Wie sollst du mich machen? Ich würde dich töten wie ich sie töten habe. Calm down, Kind. Kind? Wie sollst du? Ich bin Xiaojun von der Chinesischen Bruder. Wenn du nicht das Symbol unserer Ordnung weißt, würde ich dich töten, wo du stehst. Snap out of it. Your name is Anastasia Nikolaevna Romanova. My name is Anastasia. Genau. Follow me. I'll protect you. Gut. Ist das jetzt durch? Voll der Syrio. Ich habe es geschafft. Und unglaublicherweise hat ja lange genug gedauert, da die sechs Jungs zu machen. Sprich, zu eliminieren. Ja. Ich danke auf jeden Fall mal fürs Einschalten, fürs Zugucken. 22 Minuten habe ich für die ganze Level gebraucht. Ich glaube, es waren gefühlte 45 Stunden her. Ja. Ihr wisst, wie es geht. Mit Kommentaren, Like und Abo. Ich danke auf jeden Fall schon mal. Und in diesem Sinne wie immer bis zum nächsten Mal. Und bis denne.